Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man eigentlich so einen Lichtschalter mit einer Kontrollleuchte fachgerecht anschließen und vor allem auch anklemmen kann, dass das Ganze hier unten leuchtet, wenn die Lampe an ist. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Da wir hier jetzt übrigens an einer elektrischen Anlage arbeiten, müssen wir unbedingt die 5 Sicherheitsregeln einhalten. Doch hierfür wäre ein spezielles Video an dieser Stelle einfach sinnvoller. Und wenn das Ganze dann vom Stromnetz genommen und spannungsfrei ist, dann schauen wir uns mal einen vereinfachten Schallplan an. Wir kommen mit einer dreiartigen Zuleitung, in meinem Fall Nym 3x1,5mm² zu unserem Kontrollschalter und von diesem geht es weiter zu unserer Lampe, ebenfalls mit einer dreiartigen Leitung. Der grün-geilbe Schutzleiter wird direkt mit unserer Lampe verbunden, der meistbraune Außenleiter geht erstmal auf unseren Kontrollschalter drauf, von dort aus wird er geschalten und gelangt weiter zu unserer Lampe. Der blaue Neutralleiter geht ebenfalls auf unseren Kontrollschalter drauf, dort haben wir immer zwei Klemme, welche elektrisch miteinander verbunden sind und die zweite Klemme ist dann nämlich für die Neutralleiter, welcher direkt zu unserer Lampe weitergeht. In der Praxis ist meine Lampe hier oben schon fachgerecht angeschlossen, wofür ich auch schon ein extra Video gemacht habe und aus diesem Grund kann ich jetzt auch hier mal die Leitung für meine Lampe und meine Zuleitung abmanteln, so dass circa 10 cm weg sind und 1 cm aber noch in die Hohlwanddose schaut, dass ich einfach eine entsprechende Zugeentlastung habe. Als nächstes lege ich meine zwei grün-gelben Schutzleiter nebeneinander, danach biege ich sie noch etwas nach oben um und hier kann ich sie jetzt nämlich mit einem normalen Seitenschneider einfach mal auf dieselbe Länge kürzen. Danach isoliere ich die beiden einmal für meine Klemmen hier auf genau 11 mm ab. Und ich isoliere auch meine anderen vier Leiter mal auf dieselbe Länge ab, denn hier steht bei mir drauf, dass ich zwischen 10 und 14 mm für meinen Schalter hernehmen kann. Wenn alles vorbereitet ist, kann ich meine grün-gelben Schutzleiter mal mit so einer Klemme hier jetzt miteinander verbinden. Jetzt noch nach oben schauend in meiner Hohlwanddose hier hinten verschwinden lassen und wir haben die Schutzleiter auch schon fertig. Wichtig hierbei ist aber, dass die Dose natürlich auch tief genug sein muss. Als nächstes gebe ich mal noch den braunen Außenleiter hier von meiner Zuleitung hier oben links bei L hinein und meinen Außenleiter, welcher von der Lampe kommt bzw. zur Lampe geht, den jetzt auf den geschaltenen Kontakt und zwar hier unten rechts einmal drauf geben. Natürlich muss dein Schalter jetzt um 180 Grad gedreht sein, also Richtung Hohlwanddose schaut. Bei mir mache ich es jetzt trotzdem mal so, dass man es einfach besser verstehen kann, denn den Außenleiter hier unten, welcher zur Lampe geht, den kann ich entweder hier rechts in die zwei Klemmen hineingeben oder auch in diese zwei Klemmen hier links. Hier ist einfach der Unterschied, wenn ich das Ganze so quer gegenüber mache, wie es bei mir jetzt der Fall ist, dass das Licht, also die Lampe hier oben drüber, dann angeschalten wird, sobald der Schalter nach unten betätigt wird, so wie es normalerweise auch der Fall ist. Und wenn ich jetzt diesen Außenleiter aber hier links anklemmen würde, dann wäre das Licht jetzt im Moment ausgeschalten und die Lampe wäre jetzt an. Die zwei blauen Neutralleiter, die noch übrig sind, kann ich jetzt mal hier oben noch in meine Klemmen hineingeben, welche auch mit N gekennzeichnet ist. Sobald jetzt also alles richtig angeschlossen ist, drehe ich mal noch hier die Schraube rechts und auch diese hier links komplett gegen den Uhrzeiger sind, so lange, bis ich das Ganze nämlich hier rausnehmen kann, also diese Kralle hier, dasselbe natürlich auf der anderen Seite auch. Das hat jetzt nämlich den Sinn, dass ich diese bei einer Hohlwanddose nicht benötige und die Krallen im schlimmsten Fall sogar hier hinten einen Leiter beschädigen könnten. Diese Krallen sind nämlich für solche Unterputzdosen hier geeignet, bedeutet, dass ich hier bei einer Unterputzdose entweder das Ganze nämlich hier unten und hier oben mit einer Schraube festmachen kann oder ich drehe hier an diesen zwei Krallen im Uhrzeigersinn, dadurch spreizen sich diese Krallen von meinem Kontrollschalter und das Ganze hält hier drin auch bombenfest. Die Krallen sind jetzt aber raus, weswegen ich auch einmal hier meinen Einsatz in die entsprechenden Schrauben hineingebe. Jetzt kann ich das Ganze noch ausrichten, am besten natürlich mit einer Wasserwaage, beziehungsweise auch mit diesen Strichen, die ich davor mit der Wasserwaage gemacht habe und dann kann ich nämlich noch hier meine zwei Schrauben anziehen und das Ganze ist auch schon fest. Nun muss ich meinen Rahmen aber mal noch richtig aufsetzen, danach gebe ich auch noch die Wippe richtig rum drauf. Wichtig ist, dass diese wirklich schön einraset und danach kann ich nämlich noch diesen Schalter hier oben einfach draufsetzen und somit ist das Ganze nämlich auch schon angebracht. Zum Schluss gehe ich mal wieder Spannung auf meine Anlage drauf, wenn ich jetzt meinen Schalter hier unten mal betätige, fängt die Lampe hier oben zu leuchten an und auch die Kontrollleuchte hier unten leuchtet. Man kann es zwar jetzt mit dem Licht hier oben etwas schwer erkennen, doch wenn ich das Ganze mal abdunkele, jetzt leuchtet es gerade und ist aus. Leuchtet und es ist aus und somit haben wir jetzt nämlich auch schon unseren Lichtschalter mit einer Kontrollleuchte richtig angeschlossen. Wenn du jetzt übrigens so einen speziellen Lichtschalter oder auch eins der verwendeten Werkzeuge aus dem Video zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.